G8 2007, die Welt zu Gast in Mecklenburg-Vorpommern. Sag deine Meinung, aber ohne Gewalt. Hallo, wir sind die Söder Mannheims. Die Chance offen eure Meinung zu sagen, solltet ihr nutzen. Aber bleibt cool. Der G8-Gipfel im Juni 2007 in Heiligendamm ist eine gute Möglichkeit, eure Argumente vorzubringen. Your voice counts. Lasst sie euch nicht durch Gewalt verwässern. For real. Sag deine Meinung, aber ohne Gewalt. Wir setzen uns ein. Eine Gemeinschaftsaktion der Medien in Mecklenburg-Vorpommern und der Polizei.